Oida, was geht ab Leute, Hongye? Ihr wisst, ich habe ja... Moment, ich schaue mal kurz nach. Vor einer gewissen Zeit, zufällig, weil das Tor offen war, ein saftiges Trussler gefangen. 100% Level 35 und wollte das eigentlich direkt entwickeln, aber dann habe ich gehört, Gen 4, es kommt noch eine männliche Weiterentwicklung und dafür habe ich den jetzt eigentlich aufgehoben bis ich halt ein zweites bekomme, 100%. Und das habe ich jetzt bekommen, vor kurzem. Ich habe das Material leider verloren. Ich benne das hier mal ein, nur den Bildschirm habe ich noch. Das ist von der Kamera leider verloren. Und zwar war das am Abend irgendwann. Das war hier hinten, gar nicht so weit von mir weg. Das war auf dem Parkplatz von IHOP. Da müssen wir eigentlich auch mal hin, echt cool. Und das Tor war halt zu. Und eine Kollegin war vor uns dort und hat mit dem Wärter dort geredet und der war bereit, ihr Handy mitzunehmen. Und das waren halt echt nur ein paar Schritte da beim Parkplatz. Und dann sind wir halt noch gekommen und dann waren es halt so viele, er wollte nicht vier Handys mitnehmen und ich hätte meins eigentlich eh nicht mitgegeben. Dann hat er es auch gemacht, freundlicherweise, und hat uns reingelassen. Dann kamen noch ein paar andere Autos, die durften auch noch schnell rein. Ich habe von einem Kollegen gehört, der ist dann nach uns gekommen, irgendwann ein bisschen später, der durfte dann nicht mehr rein. Da hatte der Wärter dann glaube ich dann genug und hat dann keine mehr reingelassen. Also das war eine coole Aktion. Echt eine coole Aktion von dem. Und jetzt habe ich halt ein zweites 100% Trustware. Das zweite war übrigens auch zufällig männlich. Also wäre es eigentlich egal gewesen, wenn ich das erste direkt entwickelt hätte. Aber ich bin lieber auf der sicheren Seite. Hebe mir ein männliches auf für Gen 4. Jetzt habe ich zwei männliche, das heißt, ein kann ich entwickeln. Trustware 100% eigentlich relativ häufig, vor allem bei dem Wetter, was immer da ist. Okay, jetzt gerade nicht, aber das ist eigentlich immer da und Trustware kommt echt öfters. Aber ich habe meinen zweiten jetzt erst bekommen, weil ich leider nicht andauernd unterwegs sein kann. Und jetzt werde ich den entwickeln, den ersten für euch. Lende ich das nochmal kurz ein. Ich bilde nochmal ein paar Stellen ein. Formel Level 35er, 100%. Und dann sehen wir uns beim Entwickeln wieder. Heu, da was geht ab, Leute, hunge. Es ist gerade ein 100er Drassler Level 35 gekommen. Also was heißt gerade vor 20 Minuten. Ich habe sogar den Stream jetzt unterbrochen. Aufgehört damit. Dafür, weil alle wollten, dass ich da hinfahre. Kollege Felix hat geschrieben, dass er das versuchen will. Weil das ist im Botanischen Graten und man ist sich nicht sicher, ob der offen hat. Aber wir riskieren es mal, wieso nicht? Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Ein Versuch ist es wert. Und hier ist ein Bummels. Dann schauen wir mal. Rasta 100%. Neuhausen-Lymphenburg, eine Stunde. Lave 35. Oida. Vielleicht müssen wir den Stream abbrechen, Leute. Im Botanischen Garten. Tot. Der ist jetzt zu. Obwohl das eigentlich, ja... Keine Ahnung, Mann. Ich könnte schon dahin fahren, wenn ich will, aber... Will ich das? Das ist nicht wirklich in der Nähe. Und ich bin gerade nicht mobil, ne. Also keine Ahnung, ob ich da hinkommen soll. Mal schauen, was so in den Nachrichten geht. Vielleicht fährt jemand hin und nimmt mich nicht. Ansonsten leider nicht. So ein bisschen geschrieben. Kommt man da irgendwie rein? Fragen ein paar. Tor ist zu in der Nacht. Fünf Minuten Wetterwechsel. Ja, alles sehr riskante Sache. Wieso wird das 100er gescannt? Gute Frage. So, Felix fragt, ob wir fahren. Dann müssen wir uns aber beeilen, Mann. Weil so lange ist der auch nicht mehr da. Wir haben schon ein paar Minuten verschwendet. Dann schauen wir mal. Also, wir können es riskieren. Felix fährt. In vier Minuten macht er sich auf den Weg, sagt er. Also, ich kenne einen Weg. Das war schon mal zu. Aber am Tag war das zu. Und da gibt es so einen Seitenweg. Also, mal schauen. Muss mal schauen, wie weit drin das ist. Video morgen. Pong bricht in den Botanischen Garten. Für Level 35 Trassler. 100% natürlich. Manche sagen, Wetter wurde geändert. Manche sagen, man kommt nicht rein. Man muss es halt versuchen. Ein Versuch ist es wert. Ihr seht es morgen im Video, die Ergebnisse. Da haben wir ihn, Leute. Da habt ihr nochmal das, wo ich das 100er gefangen habe. Oder 35. Und jetzt entwickeln wir genau das. So. Die kann ich eigentlich wegschmeißen. Bam. Dann haben wir den, den ich letztes gefangen habe. Ein V-Check nochmal schnell. Der war mittelmäßig. Könnt ihr auch hier sehen. 137 im Vergleich zu 405. Oh. Erstmal ein V-Check für euch. So. V-Check-Defense. Godewa habe ich sogar noch nicht. Die nächste Weiterentwicklung. Kylia? Heißt die, glaube ich. Die habe ich einmal wild gefangen. Aber Godewa noch gar nicht. Das ist dann sogar ein neuer Dexentrack. Und langsam wird es Zeit. Habe ich mir echt lange Zeit gelassen. So. Wie die es in Gen 4 da machen werden, mit männlich-weiblich, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin lieber auf der sicheren Seite. Und habe da eins parat. Ein männliches. Jetzt hier ein männliches Godewa. Ist eigentlich relativ egal. Manche sammeln es dann. Könnte man jetzt auch noch ein weibliches machen. 100. Und dann für später. Aber mir ist es schnuppe. Hauptsache 1. Von jeder hat auf 100. Bam. Konfusion Shadow Ball. Da hätte ich lieber eine Feen-Ladattacke. Dementsprechend machen wir hier auch noch gleich ein TM rein. Charge TM. Ich hoffe, die heißt auf Englisch auch Godewa. Ja. Heißt sie. Perfekt. Shadow Ball weg. Und. Der ist den Gleam. Perfekt. Psycho-Fee ist die. Oder der, weil der ist ja männlich. Psycho-Fee. Momentan auch der beste Feen-Angreifer. So. Da haben wir es nochmal. Max-WP ist. Ganz knapp unter 3000. 2964. Angriff 237. Rang 20. Das ist gar nicht so schlecht. Das sollte man echt nicht unterschätzen. Defense 225 ist. Rang 26. Auch nicht so schlecht. Und dann Stamina. 35 von 60. Okay. Also im Grunde genommen. Ziemlich gut. Kraster Angreifer eigentlich. Oder krasses Pokémon allgemein. Das war es von mir. Und dem Traster, das ich endlich entwickelt habe. Ich habe es gesagt. Ich werde den noch entwickeln. Immer geduldig sein, Leute. Mein großer Tipp. Wie immer liken, subscribe und kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Viel Glück heute bei Mewtwo. Vergesst nicht. Pokémon ist jetzt Business.